So hallo, Thomas Ralf von Naturleben. In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz schnell eine Schwedenfackel aus Naturmaterialien herstellen kannst. Du brauchst eine Säge, ein stabiles Messer, etwas Fichtenwurzel, eine große Menge Birkenrinde und natürlich ein gutes Stück trockenes Holz, in diesem Fall Fichte. Gut, und weiter geht's. Gut, und weiter geht's. Gut, und wieder geht's. Gut, und wieder geht's. Gut, und wieder geht's. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.